Hallo, schön, dass du eingeschalten hast. Eine Zuschauerin hat geschrieben, ob ich nochmal über Gedanken ein Video machen kann, weil ja, Gedanken sind so ein Thema. Gedanken können uns selbst verletzen, sie können uns in Angstspiralen rein manövrieren, aber auch irgendwie andere verletzen, weil wenn du etwas denkst, strahlst du eine bestimmte Schwingung aus und die kommt auch bei deinem Gegenüber an. Das heißt, wenn du hassvolle Gedanken gegen jemanden hegst, dann glaub mir, dann wird das auch irgendwo ankommen bei der Person. Auch wenn du es nicht direkt aussprichst. Und mein größtes Learning war folgender Satz, overthinking is underfeeling. Das heißt, immer wenn du zu viel in deinem Kopf bist oder viel in deinem Kopf bist, alles überdenkst, alles überanalysierst, dann fühlst du gerade nicht. Dann ist das eigentlich gerade eine Strategie, aus deinem Körper zu gehen, wo man das ja auch fühlt, das Gefühl, die Enge vielleicht auch, die Wut, die Angst, die Trauer, das Drücken auf der Brust, so das sind diese ganzen Signale, die man dann irgendwie als unangenehm empfindet. Und dann ist oftmals die Strategie, aus dem Körper zu gehen und in den Kopf zu gehen. Und dann, wenn man im Kopf ist, dann fühlt man sich halt nicht mehr so, aber dafür ist man in seinen eigenen Gedanken gefangen. Man kreist immer wieder über dasselbe Thema und projiziert oder produziert immer wieder dieselben Filme in seinem Kopf. Also, kleiner Reminder oder großer Reminder, wenn du merkst, dass du wieder viel im Kopf bist, nicht im Hier und Jetzt und den Moment überhaupt nicht mehr wahrnimmst und auch merkst, dass du gar nicht in deinem Körper bist, dann bist du gerade im Überanalysieren und Überdenken. Und dann ist es Zeit, tief Luft zu holen. Und das mache ich dann. Komm wieder in meinen Körper, fühle meine innere Mitte, fang an, meine Umgebung wahrzunehmen. Was höre ich, was fühle ich, was rieche ich, versuche meine Sinne zu aktivieren. Oder geh kurz für mich, meditier eine Runde, tanze, schüttel mich, mach Sport. Irgendwas, was dich wieder zurück in den Körper bringt oder klopf mich ab. Irgendwas, ja, was dich da wieder reinbringt. Und für mich ein ganz guter Indikator sind auch Gedanken, gerade wenn sie irgendwie angstvoll oder voller Wut sind, dann spiegelt das für mich eigentlich immer die Frequenz wieder, auf der ich gerade schwinge. Wenn ich voll in Liebe bin und zufrieden, dann bin ich eigentlich die ganze Zeit im Moment. Also ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber wenn ich wirklich in meiner Mitte bin, entspannt bin, gut drauf bin, dann habe ich liebevolle Gedanken gegenüber mir selbst. Dann kann ich viel besser auf meine Intuition hören und mache auch eher Dinge, die mich dann entspannen. Und hege auch überhaupt keine negativen Gedanken gegen irgendjemanden. Weil ich dann in einem Status von, ja, inneren Frieden irgendwo bin. Und ich finde, dieser Status ist sehr, ja, manchmal nicht so oft da, gerade wenn man irgendwie ganz viele Themen irgendwie aufploppen. Denn dann lächze ich immer sehr nach diesem Gefühl des inneren Friedens. Weil, ja, das irgendwo auch so mein Wert ist, den Frieden, Harmonie, den ich, nachdem ich schon, ja, seit ich Kind bin, eigentlich lächze. Aber dadurch, dass ich jetzt erst diese ganzen Techniken kenne und das Verständnis von meinem Verstand zu meinem Körper, zu meinen Emotionen, weiß ich erst damit zu arbeiten und auch, was da passiert und warum ich keinen inneren Frieden gerade habe. Und das ist eigentlich immer so ein guter Indikator, wenn du gerade in irgendeiner Frequenz steckfest, sei es in der Wutenergie oder in der Angstenergie, sich hinzusetzen, zu fühlen und zu gucken, okay, welche inneren Wurzelglaubenssätze, welche Gedanken, tiefen inneren Wunden lösen das gerade aus. Und da geht es für mich meistens, weil da kommt man dann oft in dieses Überanalysieren, weil man diese Gedanken und damit dann herausfinden, welche Geschichte das erzeugt hat. Aber für mich ist es ganz oft, dieses in den Moment zu kommen, in das Fühlen zu kommen, diese völlige Annahme des Momentes. Und oftmals, also ich spreche da nur von mir, wenn ich dann es schaffe zu fühlen und wieder in Klarheit komme, wenn diese ganzen Nebelschwaden ein bisschen abklingen, dann kommen oftmals meine Eingebungen, welche Glaubenssätze oder welches Glaubenssystem gerade mir dieses Kuddelmuddel oder diese Realität irgendwie erschafft, in der ich mich gerade befinde, durch meine Gedanken. Und das ist für mich irgendwie so ein natürlicher Prozess, der sich für mich erschlossen hat, dass das ganz automatisch passiert, wenn wir es schaffen, uns immer wieder in den Moment zu connecten und wieder in unsere Mitte zu kommen und bei uns zu bleiben. Gerade dieses, was für mich ganz, ganz präsent geworden ist, dieses immer wieder zu sich zu kommen, aufhören zu projizieren oder die Aufmerksamkeit ins Außen zu richten, sondern immer, wenn ich merke, oh, ich wetter gerade gegen irgendjemanden, ich gehe in die Opferrolle, ich judge, dann sofort wieder zu mir kommen, atmen, sein Atem wahrnehmen und sich anzunehmen, weil irgendwas lehne ich gerade richtig doll ab. Und das waren für mich wirklich die prägnantesten Dinge, wenn ich gemerkt habe, mein Kopf kommt mit Zwangsgedanken, dieses immer wieder um dasselbe Thema kreisen, nicht loslassen können, dieses komplette Annehmen, weil bei mir war es dann irgendwann so schlimm, dass es sich dann auch in eine Krankheit irgendwie transformiert hat und irgendwann, ich habe das auch richtig gespürt, ich habe die Blockaden in mir gespürt, ich habe richtig gefühlt, wie, ja, diese Sätze mich krank machen. Und ich konnte sie aber nicht loslassen, weil ich irgendwie so Angst davor hatte, sie anzunehmen, weil dann irgendwas, ja, Schlimmes passieren könnte. Ich habe aber dann angefangen, mir alles zu erlauben, also mir wirklich zu allem Ja zu sagen, zu sagen, ja, ihr dürft da sein, ich höre euch, ich fühle jetzt dieses Gefühl, was dahinter steckt und ich finde es am besten, dann eben mit inneren Bildern zu arbeiten, gerade wenn du sagst, du fühlst jetzt, du gehst in deinen Körper und ich gucke dann einfach, was kommt. Ich bin dann offen, ich sage mir auch, ich bin jetzt offen für das, was mir gezeigt wird, was da ist und dann kommt vielleicht auch eine schwarze Wolke und dann guckst du die schwarze Wolke an oder ein inneres Kind kommt oder einfach nur das Gefühl, das sich vielleicht in deinem Kopf irgendwie zu einer Form bildet und dann kommunizieren wir mit dem. Ich so, hey, du bist gerade da, warum bist du da? Was möchtest du mir sagen? Was bringst du mir für eine Botschaft? Wovor willst du mich gerade schützen? Und so gehe ich dann in den Dialog mit meinen inneren Gefühlen und versuche ihnen Raum zu geben. Raum und will ihnen signalisieren, ich sehe dich, du darfst da sein, ich nehme dich jetzt an der Hand, ich bin mit meinem höheren Selbst da, mit meiner Steffi, die das Steuer hier fährt, aber ihr seid halt auch alle in mir und ich nehme euch wahr und ihr dürft auch mal euren Senf dazu geben, was gerade los ist oder wovor ihr Angst habt, wovor ihr mich schützen wollt. Und so kommuniziere ich eigentlich die ganze Zeit mit meinem Inneren. Ich habe ganz viele, ganz viele verschiedene Steffis oder Persönlichkeiten in mir und dann gehe ich oftmals einfach in den Dialog, um eine gemeinsame Lösung zu finden, um wieder in meine Liebe und in meinen Frieden zu kommen. Und Annahme ist wirklich das A und O und das, genau, setze ich gleich mit loslassen, Annehmen loslassen, weil wenn du annimmst, dann lässt du los. Und so bin ich aus meinen Gedankenspiralen, aus meinen Gedankenschleifen rausgekommen, weil letztendlich möchte das Leben oder wenn Situationen euch begegnen oder wenn Sachen hochkommen, möchte das Leben nur das Beste für euch. Und das ist auch ein fester Glaubenssatz in mir geworden, das Leben meint es gut mit dir, weil egal was auf dich zukommt, letztendlich will es dich nur in dein höheres Selbst bringen, in deine Kraft, in dein größtes Potenzial. Das schaffen wir eben nur, wenn wir in die Dunkelheit gehen, weil wir wachsen eben in der Dunkelheit. Deswegen ist es so wichtig, auch diese Prozesse vielleicht anfangen lieben zu lernen. Das hat mir auch noch schwer, weil ich natürlich gerne in den hohen Energien bin. Das fühlt sich einfach wesentlich angenehmer an. Aber diese Tiefflugphasen einfach wirklich anfangen zu, ja, zu auch wertzuschätzen und zu lieben, weil das lässt uns noch stärker werden. Und eben ganz viele tiefe Glaubenssysteme, die wir schon seit unserer Kindheit gedacht haben, ja, von einer anderen Perspektive zu betrachten. Dafür sind die da. Und dann die umzudrehen oder sich neue Glaubenssätze zu schreiben und neue Programme in sein Leben zu holen, um sich eben ein neues, friedvolleres, harmonievolleres Leben zu manifestieren. So läuft die Kiste, für mich zumindest. Und deswegen der Satz, der euch immer wieder in den Kopf kommen sollte, wenn du denkst, du bist gerade wieder völlig in deinem Kopf und gar nicht im Moment. Overthinking is underfeeling. Komm in deinen Körper und fühle deine Gefühle. Das Leben ist ein einziges sich durchfühlen. Und umso tiefer du es schaffst, in dich zu sinken und zu fühlen. Alles, ob Kontrollverlust, ob Angst, ob Wut. Umso voller wird es in dir und so schöner wird das Leben. Und das war es jetzt mit dem Video. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, dich ganz doll im nächsten Video wiederzusehen. Mach's gut. Bye, bye.